Kurflam ist gestartet. Und wie gesagt, du hättest auch Kleidungen anziehen können. Ich wollte so bleiben. Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Arise. Son of Rome. Es regnet. Ich wollte einfach den Regen auf meiner nackten Haut spüren. Seid bei meinem Schlüpfer. Bleibst du das, ja? Ja. Ich werde vielleicht mal einen neuen Helm später anziehen oder so, aber mein Schlüpfer bleibt. Was denn los hier? Entledigt euch der Bogenschützen. Bogenschützen? Okay, alles klar. Bald wirst du das Land der Leben sind verlassen haben. Es wird nicht anfangen, den Handführer der Barbarung zu töten, wenn denn die Gladiatoren es schaffen. Jaaaa. Oh, die Scheiße, Alter. Guck mal. Wo der Typ jetzt einfach im Kreis rumrennt. So, vorne ist er. Ich hab ne. Dieser. Oh, mein Freund. Steel Cage Fight hier, ja? Oh, mit wo ihr ihn hier rausgeholt habt. Der ist ja schon lange tot. Oh Gott, Alter. Boah, der blöde Heino, ey. Jetzt ist aber mal Kurt hier. Niemand ist ihm ebenwärtig. Oh mein Gott. Spür mal. Alter? Ja, alter, alter. Alter. Der, der. Ah, mein Freund, alter. Was soll die ganze Scheiße hier? Ach, da ist noch einer. Das ist Spartor. Aua. Das ist Spartor. Aua. Oh, shit. Okay. Komm mal hierher zu mir. Ganz gerade schlecht. Du musst da, Hara. Ich muss da. Ja, äh. Ja, ja, genau. Ah, sehr schön. Hallo, ich... Oh, Tag Team, Tag Team. Alter, Weidenmann ist gerettet. Alter. Da war mal gut hier. Ich mach ein bisschen, äh... Backenfutter. Boah, ich spuck immer die Zeit zum Klappchen, ne? Boah, was liefst du hier, Alter? Alter. Habt's mich nicht an? Das spät nicht an, mir. Oh, jetzt hab ich nicht gebrochen, schade. Göttlicher Steiß, mich zu. Sehr schön. Oh, schon wieder, Alter. Rote, den Anführer. Ohne, kommt er. Ja, ich mach mal hier um. Ich stürme rein. Okay, okay. Komm her, hau nicht ab, du feige Sau. Ich bin der Anführer, weil ich hier mal weggerannt bin. Sie konnten mich nicht absetzen. Oh, da ist ja noch nicht gut, Alter. Oh, Alter. Aber. Oh, wo kommt ihr denn hier? Ich wollte gerade helfen, aber... Ich hab hier gerade mit zwei Typen was am schütteln. Haben wir's am Laufen oder was hier? Ja, ja. Das ist ein heftiges State, Alter. Das ist sehr scharf hier. Schnürt ihm gerade die Kehle zu. Oh, sehr schön. Der war gerade von beeindruckt von deiner Fuchswolke, die du da losgelassen hast. Ding Dong. Klik-Klack. Oh, ja, klar. Okay, es wird Zeit. Oh, Gott. Helfe, kann ich das nicht lachen? Oh, der hätte es auch fast so schön. Die Zeit ist super. Oh, ja. Oh, ja. Du musst da rein und löschen. Oh, Alter. Oh, er kommt mit seinem Schildschlag an, Alter. Der Wichser. Oh. Oh, hier werden Taxi-Mucks gegangen, aber jetzt nicht weg. Ja, ich hab mit Schild ein, als auch Bargels weg. Oh, Alter. Was ist denn dein Problem hier, hä? Ja, Schicksal, sag ich, ne? Schicksal war sein Problem. Letzte Wale. Letzte Wale. Letzte Wale. Oh, was ist du denn, Alter? Ich nenne ihn. Oh, oh. Ziegenkopf, du. Er ist tot. Alles gut. Oh, da ist ja noch einer von dir. Oh, mein Gott. Was ist das bei dir? Er hat meine Mama getötet. Er ist tot, mein Freund. Er ist tot. Er kann nichts mehr tun. Er hat meine Mama getötet. Er ist echt, er ist meine Mama. Oh, mein Gott, nein. Oh, mein Gott, nein. Oh, mein Gott. hervortreten! Rosan zu Tempel! Nimm diesen Sternlichen vor mir als Dank für ein erfolgreiches Jahr! Wenn du mit den Göttern spielst, kriegst du halt diese Waffen hier. Es gibt halt vier Waffen, zwei Schwerte und zwei Schilderinos, Alter! Und jetzt gehen wir in die Falle ab! Und ich sag, hey, ich hab deinen Angriff geblottet! Und deinen leider nicht, in ihr es geht! Jetzt schneide ich mir einfach die Ohren ab! Sparta! Es ist Sparta! Und eins! Und zwei! Und drei! Allein zu eurer Unterhaltung! Motherfucker, hier, hier, hier! Geiles angebliches Wasser hier! Chris? Ja? Hallo? Ja? Für die Ewigkeit! Hallo? Hallo, hallo? Hallo? hallo ist abgeschmiert mit der aufnahme discord abgeschmiert ich bin tot gleich für mama er wird nicht aufsetzen hier aufs maul Alter! Boah, der Ria ist zu spät hier! Weil... Sie werden niedergemerzelt! Nimm diesen Barbaren als Hopfer zu ihnen deine Kulfe entgegen! Hey, du musst herkommen! Reiner! Okay! I saved your life, boy! Tötet sie! Ich renne los! Oh! 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 Was geht jetzt? Was ist das jetzt hier? Blut! 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 Blut im Streis. Ich bin der D-Mann-Kipp! Ich bin der D-Mann-Kipp! Blut! Blut! Ich tue wieder, Alter! Blut! Schon wieder deine Mama rumgebracht! Was weiß ich denn? Kloppen! Asche für mich! Oh, das muss ich dann! Und Tag! Hier pflege ich dich! Meine Mama! Ja, Taxi-Move! Ja, sag die doch, was wir dann aber machen! Du blöder Brashard! Die Mama hat mir den Schlüpfer genäht! Kannst du aber den Dinger nicht in meinem Gesicht rumfuchten! Entschuldigung! Ist aber was gut hier, hä? War sehr schön! Ein Blut Daily Month! Ich bin der Dinger! Ich bin der Dinger, aber... Ich bin der Dinger, die MAh-Kindler! Ich bin der Dinger! Fah! Die Dinger! Ich bin der Dinger! Du blöder Ku'n! Dinger! Hau rein! Der ist runtergeflogen! Ejo, der hat einen Absatz gemacht, Alter. Abgang, Alter! Abgang! Weg von meinem Hof hier! Ja, Jocker! Was sollte das denn? Warten wir mal so! Geh mal jetzt hier! Okay, Bruder! Du willst das so, ich mach so, 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 so! Und du machst jetzt hier erstmal einen Abgang, mein Freund! Ich hab Bock auf die Scheiße! Oh, ist gut gegangen! Ich muss hier runter, Alter! Ich muss hier runter! Ich muss hier rauf, Digga! Ich muss hier rauf! Oh, ist schon wieder so'n Dude, Alter! Oh, Alter! Okay! Kann ich ganz schön aufs Maul, kann das sein! Ohne Materie, bewacht! Alter, ich kann das Windisch halt nicht mehr wachen! Okay, ist mir egal! Muss auch ohne gehen! Alter, hat er ganz schön viele Bräuchte mitgebracht! Moin! Er steht ab! Hehehe! Nimm! Du wolltest ja holen! Wollst keine, als das einzige! Und jetzt! Und jetzt! Ohne Materie, ich hab's gebraucht! Das ist ja schon mal! Halt für die Schwerste, aber reicht! Denn das Grauen erwartet euch in der Tiefe! Okay, in der Tiefe, Bruder! Brauen schwer oder sowas, um da drauf zu werfen, oder? Oh mein Gott! Scheiße! Charge! Alter, die sind alle runtergefloppt! Du hörst die sogar nach! Ach ne, die liegen hier! Loll! Die sind schon lange aufgekommen, ich weiß! Das soll mir dramatisch filmen! Sind alle tot! Flehe um Gnade und ich werde es kurz machen, Bilder! Die Marwaren erhalten unendlich Nachschub! Werden unsere Helden den Eingang rechtzeitig verfließen können! Ja, werden wir! Ja, werden wir! Und wie kommen alle jetzt? Ah, okay! I know this! Okay! Für deine Mama! Für Mama! Für... Oh mein Gott! Für... Spiel runter! Ich kann meinen Ult nicht! Ich kann meinen Ult nicht! Ich bin im Feuerkreis! Oh ja! Ich bin im Feuerkreis! Ich bin im Feuerkreis! Ich komm nicht weg! Ich bin im Feuerkreis! Hilfe! Ich hab grad alle auf mir! Der Feuerkreis, der Feuerkreis! Es sieht aber schon nice aus, das Feuer. Aua! Ich wollt grad ne Ansage machen, ne? Dann kommst du hier, oder was? Boah, ist egal. Alter! Ich hab keine Waffe aus hier! Warum sackt das Leute? Hallo! Servus Fritzi und hallo! Ich geh mal hier, Alter! Oh mein Gott, mein Spiel ist aufgekackt! Ich glaub, mein Spiel ist aufgekackt! Jawohl! Mein Reis ist aufgekackt! Echthaft? Ernsthaft! Okay! Ja! Gut! Dann beenden wir mal die Folge! Bis zur nächsten! Tschüss! 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 Tschüss!